Schnellbausteine sind äußerst komfortabel. Einmal angelegte Textblöcke kann ich in Word jederzeit mit drei Mausklicks auf der Registerkarte Einfügen, Schaltfläche, Schnellbausteine, aus der Liste abrufen. Auch in Outlook stehen mir beim Schreiben von E-Mails Schnellbausteine zur Verfügung. Hier nutze ich die Technik beispielsweise für unterschiedliche Signaturen oder flexible Standardantworten. So weit, so gut. Leider speichert Word die Schnellbausteine standardmäßig in meiner persönlichen Datei buildingblock.x. Outlook speichert die Schnellbausteine hingegen in der Outlook eigenen Datei normalemail.m. Und was ist mit Datenaustausch zwischen den beiden Programmen? Fehlanzeige ist nicht vorgesehen. Muss ich also wirklich gemeinsam benötigte Bausteine in beiden Programmen getrennt anlegen und verwalten? Nein, denn mit folgendem Trick kann ich die Bausteine in Word anlegen und dann sowohl in Word als auch in Outlook nutzen. Zuerst öffne ich den Windows Explorer und gebe in der Adresszeile das Kommando %updata% ein. Wenn ich jetzt die Eingabetaste drücke, lande ich unabhängig von der Windows-Version sofort in meinem Profilordner. Hier wechsle ich in den Ordner Microsoft und dann in den Ordner Templates. Die Datei normalemail.m klicke ich mit der rechten Maustaste an und wähle im Kontextmenü den Befehl Verknüpfung erstellen. Jetzt legt der Windows Explorer im aktuellen Ordner eine Verknüpfung der Datei an, die ich mit der rechten Maustaste anklicke. Im Kontextmenü wähle ich den Befehl Ausschneiden. Über die Windows Explorer Adressleiste wechsle ich in den Ordner Microsoft zurück. Dann doppelklicke ich auf den Ordner Word und anschließend auf Start ab. Hier geht es mit einem Rechtsklick in den freien Bereich weiter. Im Kontextmenü ist diesmal der Befehl Einfügen an der Reihe. Alle Vorarbeiten sind abgeschlossen. Ich kann den Windows Explorer schließen und Word öffnen. Wenn ich ab sofort in Word einen neuen Baustein über Einfügen, Schnellbausteine, Auswahl im Schnellbausteinekatalog Speichern anlege, bietet mir Word im Dropdown Listenfeld Speichern in auch die Datei normalemail.m an. Nachdem ich dem Baustein noch einen Namen zugewiesen habe, kann ich das Dialogfeld mit OK schließen. Wichtig! Beim Beenden von Word muss ich die Meldung zum Speichern der Bausteine unbedingt mit Speichern bestätigen. Jetzt ist der Baustein angelegt, gespeichert und sowohl in Word als auch in Outlook nutzbar. Wenn ich in Word die Schnellbausteine aufrufe, taucht der Baustein ebenso auf wie in Outlook im E-Mail-Fenster über die Registerkarte, Einfügen, Schaltfläche Schnellbausteine. Für das Arbeiten mit Bausteinen gelten also folgende fünf Regeln. Regel Nummer 1. Die normalemail.m wird durch das Anlegen der Verknüpfung bei jedem Start von Word automatisch mitgeladen. Die darin abgelegten Bausteine stehen somit nicht nur in Outlook, sondern auch in Word zur Verfügung. Regel Nummer 2. Bausteine, die ich sowohl in Word als auch in Outlook benötige, lege ich in Word an und speichere sie in der normalemail.m ab. Regel Nummer 3. Bausteine, die nur in Word zum Einsatz kommen, lege ich in der Datei buildingblocks.x ab. Regel Nummer 4. Während ich in Word in der normalemail.m Bausteine ablege, bleibt Outlook geschlossen. Regel Nummer 5. Die Formatierung der Bausteine passt sich in Word und in Outlook der jeweiligen Umgebung an. Wer sein Know-how in Sachen Word, Outlook oder PowerPoint auf den neuesten Stand bringen möchte, sollte sich folgende Termine im Oktober vormerken. Vom 13. bis zum 15. Oktober finden die Kompetenztage zu Word und zu Outlook statt. Vom 27. bis zum 29. Oktober ist PowerPoint an der Reihe. Wie immer in Fulda und mit einer Auswahl der erfahrensten Office-Trainer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Detaillierte Informationen gibt es auf der Internetseite www.anwendertage.de